Nachdem wir erst vorgestern einen neuen Teaser für The Sims 4 erhalten haben, geht es jetzt direkt weiter mit der nächsten großen Ankündigung für The Sims 4. Mehr dazu in diesem Video. Kaum wurden die ersten Informationen zu den kommenden The Sims 4-Inhalten geteilt, hauen die Entwickler direkt den nächsten Kracher raus. Das insgesamt schon zwölfte Erweiterungspack wurde gestern Abend offiziell angeteasert. Nachdem die letzte Erweiterung nun auch schon wieder ein gutes Jahr her ist, wurde im auf Twitter geteilten Teaser Simmer aus der Community gefragt, wie diese so ihre Teenager-Zeit erlebt haben. Dieser doch recht eindeutige Hinweis bestätigt also, dass wir ein Pack speziell für die Teenager erhalten werden. Wie in den letzten Leaks schon genannt, könnte wohl auch die Highschool hier wieder eine größere Rolle spielen. Wann wir den ersten Trailer erhalten werden, ist jetzt ebenfalls klar. Dieser wird nicht etwa nächste Woche oder in ein paar Tagen veröffentlicht, sondern direkt heute Abend um 17 Uhr. Die Entwickler haben hier nämlich ebenfalls eine Live-Premiere auf YouTube gestartet, die ebenfalls in der Beschreibung verlinkt ist und mit dem Hinweis, lerne wie ein wichtiger Lebensabschnitt deiner Sims jetzt noch spannender wird, versehen ist. Wenn die Leaks von Instant Gaming stimmen, werden wir dieses Pack am 28. Juli erhalten, das Datum wurde aber noch nicht offiziell bestätigt. Ich bin tatsächlich extrem gespannt, in was für eine Richtung die Erweiterung gehen wird, gerade da die jetzt veröffentlichten Infos sich nochmal ein wenig zu denen aus den ersten Leaks unterscheiden. Und freut ihr euch schon auf heute Abend? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.